Kinderkieferorthopadie, fra ein Viertelzeitige Intervention, FA ein Viertel, er lebenslange Gesundheit. Kinderkieferorthopadie ist ein Bereich der Zahnmedizin, der sich mit der Behandlung von Fehlstellungen im Kiefer und im Gebiss bei Kindern und Jugendlichen befasst. Fra ein Viertelzeitige Intervention in diesem Bereich kann nicht nur dazu beitragen, ästhetische Probleme zu korrigieren, sondern auch langfristige gesundheitliche Vorteile, FA ein Viertel, er das Kind haben. In diesem Video werden wir die Bedeutung der Kinderkieferorthopadie und fra ein Viertelzeitige Intervention, FA ein Viertel, er lebenslange Gesundheit nachher erlautern. Warum ist die Kinderkieferorthopadie wichtig? Die Kieferentwicklung bei Kindern ist ein komplexer Prozess, der von vielen Faktoren beeinflusst wird. Wenn es zu Fehlstellungen im Kiefer oder im Gebiss kommt, kann dies nicht nur zu astetischen Problemen FA ein Viertel rennen, sondern auch zu funktionellen Einschränkungen, die langfristige Auswirkungen auf die Gesundheit des Kindes haben kann ihn. Durch fra ein Viertelzeitige Intervention kann ihn solche Probleme erkannt und korrigiert werden, bevor sie schwerwiegende Folgen haben. Eine der haufigsten Fehlstellungen im Kiefer bei Kindern ist der sogenannte Kreuzbiss, bei dem sich Ober- und Unterkiefer nicht richtig aufeinander abstimmen. Dies kann zu Schwierigkeiten beim Kauen, Sprechen und Atmen FA ein Viertel rennen und langfristig zu Verspannungen im Nacken- und Schulterbereich FA ein Viertel rennen. Durch fra ein Viertelzeitige Intervention kann der Kreuzbiss korrigiert und die normale Funktion des Kiefers wiederhergestellt werden. Ein weiteres haufiges Problem bei Kindern sind sogenannte Ängsterende im Gebiss, bei denen die ZA nie zu eng nebeneinander stehen. Dies kann zu Zahnfehlstellungen FA ein Viertel rennen, die nicht nur das Aussehen des Kindes beeinträchtigen, sondern auch die Zahnhygiene erschweren und das Risiko FA ein Viertel Erkaris und Parodontose erhren. Durch fra ein Viertelzeitige Intervention kann in solche Ängsterende fra ein Viertelzeitig erkannt und korrigiert werden, um langfristige Schadden zu vermeiden. Die Bedeutung der fra ein Viertelzeitigen Intervention Die fra ein Viertelzeitige Intervention in der Kinderkieferorthopadie kann entscheidend sein, um langfristige Probleme zu vermeiden und die Gesundheit des Kindes zu erhalten. Wenn Fehlstellungen im Kiefer oder im Gebiss fra ein Viertelzeitig erkannt und korrigiert werden, kann ihn schwerwiegende Folgen vermieden werden. Dara ein Viertel BER hinaus kann eine fra ein Viertelzeitige Intervention dazu beitragen, das Selbstbewusstsein und die Lebensqualität des Kindes zu verbessern, indem asthetische Probleme rechtzeitig behoben werden. Eine der wichtigsten Methoden der fra ein Viertelzeitigen Intervention in der Kinderkieferorthopadie ist die sogenannte fra ein Viertel H-Behandlung, bei der bereits im Milchzangebiss des Kindes Behandlungen durch Gefahr ein Viertel HRT werden, um Fehlstellungen vorzubeugen oder zu korrigieren. Diese fra ein Viertel H-Behandlung kann dazu beitragen, das Wachstum des Kiefers zu lenken und Platz F a ein Viertel eher die bleibenden Z a nie zu schaffen, um langfristige Probleme zu vermeiden. Ein weiterer wichtiger Aspekt der fra ein Viertelzeitigen Intervention in der Kinderkieferorthopadie ist die regelmaarige Untersuchung und Betreuung durch einen Kieferorthopadien, um magliche Probleme fra ein Viertelzeitig zu erkennen und zu behandeln. Durch regelmaarige Kontrollen kann in Fehlstellungen im Kiefer oder im Gebiss rechtzeitig erkannt und korrigiert werden, um langfristige Probleme zu vermeiden. Fazit Kinderkieferorthopadie und fra ein Viertelzeitige Intervention sind entscheidend F a ein Viertel eher die Gesundheit und das Wohlbefinden von Kindern. Durch eine fra ein Viertelzeitige Behandlung kann in Fehlstellungen im Kiefer und im Gebiss rechtzeitig erkannt und korrigiert werden, um langfristige Schadden zu vermeiden. Eine regelmaarige Untersuchung und Betreuung durch einen Kieferorthopadien kann dazu beitragen, die Gesundheit des Kindes zu erhalten und sein Selbstbewusstsein zu stärken. Es ist daher wichtig, fra ein Viertelzeitig auf magliche Probleme im Kiefer und im Gebiss bei Kindern zu achten und diese rechtzeitig zu behandeln, um lebenslange Gesundheit und Wohlbefinden zu gewahre leisten.